moin moin und willkommen zurück hier vom kanal weitere folge dark souls hat ein bisschen zeit gelassen standen ein paar tage dazwischen da passt einfach nicht so wir machen direkt weiter und laufen natürlich wieder den gleichen weg wie vorher nicht längst und wir können hier die hunde so da war noch ein köter ne den wir uns auch schnappen hier läuft aber auch so ein high up high was der uns nicht erwischt wir wollen ja nicht gegen alle auf einmal antreten sondern nur gegen die die wir auch mächtig sind zu machen das heißt wir gehen ein bisschen weiter hoch der geht nachher da runter bis zum letzten mal ok ja so damit Oh, eine Klee-Citan-Niet-Scherbe. Oder Titanium-Scherbe. So, dass der andere, die machen wir jetzt auch von hinten vielleicht ein bisschen kalt. Ach, Mist. Nein, nein, abbrechen. Ach, Mann. Kommt der Axt. Machen wir schon blöd von mir jetzt, aber naja, was soll's. So. Hier haben wir alle. Direkt hier runter gehen, ne? Da haben wir die Abkürzung. Oh, müssen wir holen. Da geht's abwärts. Okay. 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 Jetzt. So, ich mein, hier kommen auch welche hoch gleich. Da. Da muss noch einer draußen sein, oder? So, auf Futschi Kato. Locken wir weiter. So, ich weiß auf jeden Fall, dass er hier an der Ecke wieder steht. Den können wir von hier direkt killen. So, und dann müssen wir den Riesen auch hier killen, der hier draußen rumläuft. Das geht aber auch noch. Von hier oben glaubt sogar. Okay, dreimal getroffen. Okay. So, und längs gehen. Weiß nicht mal, ob wir den überhaupt killen müssen, aber... Den jagen wir in den Jenseits. So, und jetzt wird's knipplig. Denn jetzt, glaube ich, bin ich einfach hammerschlecht. So, ja, nochmal. Denn, ähm, hier sind so viele Ritter und ich bin echt schlecht mit dem Kampf gegen Rittern. Das heißt, ich müsste die von Weitem besiegen, wenn das okay ist. Nein! Warum macht er das? Warum macht er das? Ach, verdammt. So war das eigentlich nicht gedacht, aber naja. Schwert ist Lothrich, Lothrich, Ritterrüstung, okay. Ich wollte ihn anders killen, naja, gut. Mal halt so. So, den muss ich, glaube ich, genauso killen. Oh! Oh! Oh nein! Oh nein. Ach, geht's auch gar nicht. Okay. Okay, müssen wir kurz weglaufen hier. Warte mal. Okay, hat uns gar nichts gebracht, wie ihr seht. Denn, ähm, ja. Mal gucken, ob wir längs gehen können. Warum geht noch so ein Ritter? Ja. Mann. 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 Kann ich nicht anders killen. Okay, jetzt haben wir gar nichts mehr, aber wir haben ein bisschen hier... Ich glaube, hier gibt's auch gar nichts. Hier sitzen einfach nur die ganzen... Hey, Opa ist da rum. Ich weiß nicht, ob ich die killen sollte oder nicht, aber der kam so schnell hoch. Da macht's wohl mehr Sinn. Okay. Gehen wir hier runter noch? Warte, da kann ich noch einsammeln hier. Oh, seines Deserteurs. Okay. Okay. Okay, das sieht doch gar nicht mal so gut aus, sagen. Was steht da? Hurra für Zwickmühle. Okay. Was steht hier? Dickwanz voraus. Vorsicht, verrückt werden. Ja, es wird wahrscheinlich hier drin jetzt abgehen. Werden wir auch nicht schaffen können. Ich meine, ich habe gar kein Leben mehr. Ähm. Ich teste es mal. Ich fahre mal hier an der Seite längs. Okay. Irgendwas passiert jetzt? Hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Okay. Das war dumm von mir, aber naja. Killen kann ich denn nicht von hier aus? Definitiv nicht. Okay. Alter. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Okay, der ist nicht liebbar, wenn ich... Boah, okay. Aber... Also, ich muss da mit... Ich muss da einfach mit... Mit meinen Sachen... Okay. Wo nehmen wir mal? Ich muss das, was... Das war's. 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 Okay. Jawohl. Ich bin sicherer, den so zu killen. Er da oben guckt nur. Warte noch ein bisschen. Ah. Fuck. Nein. Jetzt reicht's. Ach, Mann. So war es eigentlich nicht gedacht, ne? Nein, was soll's. So, hier hat er was verloren da oben. Das holen wir uns noch. Das ist doch echt. Humbug. Da oben ist noch so einer. Den müssen wir auch irgendwie killen. Da können wir auch noch reinkommen. Ich glaube, wir killen ihn da oben auch nochmal schnell, damit er uns gar nicht mehr im Weg ist. Gut. Darf uns nur nicht sehen, ne? Ah, Mist. Dachte, ich hätte er geblockt. Hab ich aber nicht. Luzern. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Darum steht ja auch noch einer. Der ist wahrscheinlich ein bisschen härter. Visionen von Hinterteil. Ach, das sieht auch nicht so gut aus, da rein zu gehen. Lass uns mal den Typen hier oben auch erstmal killen. Ich hab aber gar noch kein Leben. Darf ich ihn noch nehmen? Lass uns mal nochmal. Okay, gucken wir mal, ob wir ihn da oben killen können. Sieht auch ein bisschen schwierig aus. Sehr fein voraus. Okay. Oh. Das ist der Ende mit einem Schwerdruher. Ah, guck mal. Hier geht er nicht weiter rein. Okay. Hier ist seine Grenze, würde ich sagen. Traut sich hier nicht rein. Das ist natürlich gut für uns. Perfekt. Ja, jetzt wird der Edelsteine halten. Okay. Hm, den haben wir da gut. Den haben wir da gut erledigt, wollte ich sagen. Ich meine, wir haben natürlich nicht viel gemacht, ne? Aber der ist weg. Hat er irgendwas beschützt da oben? Das können wir gleich mal nachgucken. Ja, ist noch ein bisschen feige, wie ich kämpfe. Gebe ich zu. Aber... Der Weg ist das Ziel, ne? So, lass mal schauen. Vorsicht, Dresche. Okay, aber er hat nichts bewacht hier oder so. Wir haben diesen Stern... Stein da bekommen. Wofür ist denn der? Was ist der denn hier? Da. Durchwirken, um gealtete Waffe herzustellen. Durchwirken, um krude Waffe herzustellen. Okay. Wer weiß. Vielleicht können wir das nochmal ganz gut gebrauchen. Mit den Waffenerstellungen habe ich es noch nicht ganz so drauf, mit dem Durchwirken. Aber das werden wir schon rausfinden. Was steht hier? Hätte ich nur Verbündeter? Ah, viel Erfolg. Gehen wir da jetzt rein? Ne, weißt du was? Das machen wir nicht. Wir machen uns noch mal ein bisschen eine Runde stärker. Aber wir gehen beim nächsten Mal da rein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.